Die Mesh-Objekte haben wir jetzt ja schon kennengelernt, aber es gibt ja noch andere Objekte, mit denen man in Blender modellieren kann. Also ich lösche jetzt mal dieses Mesh und drücke Shift-A und gehe mal zu den Kurven. Das erste Objekt in diesem Kurvenmenü ist die Bezier-Kurve. Und die Bezier-Kurve, das ist auch erstmal nur eine Kurve. Und wenn ich hier mal in den Edit-Modus gehe mit Tabulator, dann sehen Sie, dass diese Kurve nur aus zwei Punkten besteht. Nehme ich der hier und der hier. Und je nachdem, wie ich diese zwei Punkte bewege, kann ich dazwischen dann die Kurve verformen. Und jeder von diesen Punkten hat noch spezielle Steuerungspunkte, die sogenannten Handles, also das sind diese Stricknadeln hier. Und wenn man die bewegt, dann kann man auch den Kurvenverlauf ändern. Und das ist also diese spezielle Form der Darstellung einer Kurve, die Bezier-Kurve, dass eben jeder Punkt diese Handles haben kann, diese Anfasserpunkte, mit denen man die Form verändern kann. Und diese Kurven, die kann man für viele Sachen verwenden, unter anderem zum Beispiel für die Pfadanimation. Also man könnte die Kamera an einer Kurve entlang fahren lassen. Aber eine andere Möglichkeit ist, dass man diese Kurven eben zum Modeling verwendet. Nun ist diese eine Kurve ja noch kein wirkliches Objekt, also es gibt keine Oberfläche, keine Faces und wenn ich das rendere, dann habe ich hier auch nichts. Aber man kann diese Kurve so einstellen, dass sie eine Oberfläche bildet. Und zwar tut man das in den Curve Properties, also wieder in unserem Eigenschaftenfenster und dann natürlich in der Object Data, also hier. Und hier ist jetzt schon eingestellt, dass das eine 3D-Kurve ist. Und das erlaubt uns, diese Kurve hier im dreidimensionalen Raum zu bewegen, also nicht nur auf einer Fläche. Und das Gute dabei ist, man kann jetzt aus dieser Kurve auch ein Kabel machen. Und zwar, indem man einmal hier einstellt bei Fill, dass es nicht Half ist, sondern Full. Also eine komplette Füllung. Und wenn ich hier bei Geometry jetzt eine Bevel Depth angebe, also eine Beveltiefe, dann sehen Sie, wie jetzt hier so ein Kabel entsteht. Und je nachdem, wie hoch ich diese Depth einstelle, ist es mal dicker und mal dünner. So im Moment ist das hier so ein Viereck. Und das kann man aber noch besser auflösen. Und zwar, indem ich hier bei Resolution statt 0 zum Beispiel 1, 2 oder 3 verwende. Oder noch mehr. Und auf diese Weise kann man hier mit diesen Kurven wunderbar ein Kabel modellieren. Oder auch alles andere, was hier so rund ist. Und es muss nicht mal wirklich rund sein. Man kann sogar einzelne Punkte dicker machen. Und zwar mit Alt-S. Alt-S macht also die Dicke, den Durchmesser an diesem Kurvenpunkt dicker oder dünner. Also hier kann man auch viele interessante Sachen mit modellieren. Dann kann man diese Punkte auch noch steuern. Und zwar nicht nur, indem man die einzeln bewegt, sondern indem man die Art verändert, wie dieser Punkt berechnet wird. Und zwar, wenn man diesen einen Punkt auswählt, dann kann man mit der Taste V den Handle-Type einstellen. Und zwar zum Beispiel, dass er automatisch berechnet wird. Und wenn der Handle-Type automatisch ist, und ich das jetzt extrudiere mit E, dann wird automatisch dieser Steuerpunkt zu dem vorherigen ausgerichtet, sodass das jetzt immer hier so eine runde Form ergibt und man auch hier eine Spirale ganz einfach modellieren kann. Wohingegen, wenn das bei der Standardeinstellung aligned wäre, das ist das hier, also ausgerichtet, dann wird, wenn ich jetzt E drücke, dann ist der neue Kurvenpunkt immer parallel zu dem vorherigen. So, dass dann hier diese typischen S-Formen entstehen. Also so kann man mit diesen Kurven modellieren. Und ich lösche die jetzt mal und erzeuge eine andere. Es gibt hier nämlich noch die Circles, also einen Kreis. Und auch dieser Kreis besteht jetzt nicht aus vielen, vielen Kreispunkten, sondern besteht aus diesen vier Steuerungspunkten. Diese vier Steuerungspunkte, die sind hier auch automatisch ausgerichtet, sodass jetzt hier diese Kreisform entsteht. Und die kann man aber auch hier verbiegen. Und auch dieser Kreis ist auf 3D eingestellt, sodass man hier jetzt diese dreidimensionale Form erzeugen kann. Aber man kann hier auch einstellen, dass das eine 2D-Form ist. Also wenn ich hier von 3D auf 2D gehe, dann liegen alle diese Punkte flach am Boden. Und das Schöne dabei ist, dass dieser Kreis dann auch gefüllt wird. Sodass ich hier ganz leicht perfekte Kreise erstellen kann, die man ganz leicht verformen kann. Also wenn ich diesen Kreis habe und sage 2D, dann ist das jetzt hier diese Kreisform. Und die kann man jetzt mit diesen ganz wenigen Punkten steuern. Und besonders interessant wird es, wenn man innerhalb von diesen 2D-Formen nochmal eine in sich geschlossene 2D-Form hat. Denn wenn ich jetzt mal diesen Kreis dupliziere im Edit-Modus mit Shift-D, dann sehen Sie, was jetzt passiert, wenn ich den Kreis bewege. Also es gibt hier so eine Schnittmenge. Und wenn ich jetzt mal mit der rechten Maustaste diese Bewegung abbreche und dann aber das Duplikat skaliere, dann habe ich jetzt hier so eine Form. Und wenn ich diesen kleineren Kreis nochmal dupliziere, dann kann man hier ganz einfach solche Formen modellieren. Also wenn Sie mal ein Schwungrad modellieren müssen oder ein Zahnrad oder sowas, dann sind diese Kurven wunderbar geeignet. Denn nicht nur diese Pfade können Sie beveln, sondern man kann auch hier diesen geschlossenen 2D-Kreisformen eine Tiefe geben. Und zwar in dem Fall nicht mit Bevel, sondern mit Extrude. Also wenn ich hier diesen Extrude-Befehl ausführe und jetzt eine Extrude-Tiefe vergebe, dann haben wir jetzt das. Und wenn ich jetzt zusätzlich noch Bevel eingebe, dann werden diese Kanten auch noch abgerundet. Und im Moment ist es einfach nur eine Schräge, aber wenn ich hier die Auflösung erhöhe, die Resolution, dann wird hier noch dazwischen interpoliert, sodass ich jetzt hier so eine schöne, weiche Rundung habe. Und diese Objekte lassen sich natürlich auch wunderbar rendern. Also wenn Sie mal sowas brauchen, dann ist das Kurvenobjekt natürlich viel besser geeignet als ein 3D-Objekt. Denn so eine Form durch Mesh-Modeling zu erzeugen, ist viel schwerer, als das einfach durch diese Kurveneigenschaften zu machen. So, das sind also im Großen und Ganzen diese Kurven. Es gibt noch andere Arten. Es gibt auch noch den Pfad. Dieser Pfad ist ganz ähnlich zu dieser Bezier-Kurve. Also auch hier hat man nur diese Punkte. Aber es gibt nicht diese Anfasser, sondern es ist einfach durch die Anordnung der Punkte kann man hier diesen Pfad interpolieren. Aber es ist ansonsten ganz ähnlich. Also auch diesen Pfad kann man hier füllen mit einer Bevel-Depth und einer bestimmten Auflösung. Also auch hier kann man solche Tuben und Kabel erzeugen mit dem Pfad. Also das ist eine schöne Variante zum Mesh-Modeling. Eng verwandt mit den Kurven sind die Surfaces. Und zwar sind das hier die sogenannten NURBS Surfaces. Allerdings sind zurzeit diese NURBS im Blender relativ schwach. Und deswegen werden die auch ganz selten verwendet. Aber ich will es trotzdem kurz vorstellen. Also diese NURBS, die werden vor allem im Cut-Modeling, im Produktdesign verwendet. Denn hier kann man also ganz, ganz schöne weiche Oberflächen erzeugen. Und zwar mit nur wenigen Kontrollpunkten. Also das ist jetzt hier eine NURBS Sphere. Und diese Sphäre, diese Kugel, die wird nur durch diese Anfasserpunkte erzeugt. Also ist im Grunde wirklich wie diese Bezier-Kurven, nur halt als 3D-Objekt. Und man kann hier ganz interessante Sachen mitmachen. Aber eben nur bedingt. Also das Problem bei diesen NURBS im Blender ist, dass die bestimmte Funktionen nicht beherrschen. Also die NURBS, die sind zwar ganz nett, um damit mal ein bisschen rumzuspielen, aber ansonsten sind diese NURBS im Blender doch relativ beschränkt. Und gerade wenn es darum geht, solche weichen Oberflächen zu erzeugen, dann ist man da eigentlich besser beraten, wenn man das mit Mesh-Modeling macht und dafür jetzt diesen Subdivision Surface Modifier verwendet. Deswegen möchte ich hier gar nicht weiter darauf eingehen und stattdessen noch kurz die Meta-Balls vorstellen. Und die Meta-Balls sind relativ eigenartige Objekte. Also ich erzeuge mal hier diesen Ball. Und dieser Ball hat so eine orangene Outline. Und ich lösche jetzt mal kurz diesen Würfel. So, er hat auch einen Edit-Modus, aber im Edit-Modus haben wir wieder nur einen Ball. So, was ist jetzt das Besondere an diesen Meta-Balls? Nun, das Lustige bei den Meta-Balls ist, dass man die duplizieren kann und wenn man das tut, dann kleben die so aneinander. Und so kann man also so amöbenhaften Glibber modellieren, zum Beispiel. Also das ist hier ganz lustig, um hier mal so mit rumzuspielen. Früher wurden diese Meta-Balls häufig auch verwendet, um Flüssigkeiten zu simulieren, aber da es jetzt diese richtige Fluid-Simulation gibt, werden diese Meta-Balls eben nicht mehr so häufig verwendet. Aber Sie können diese Meta-Balls auch einsetzen, um zum Beispiel ganz schnell mal einen Schneemann zu bauen. Also man wird hier drüben mal noch einen Meta-Ball erzeugt und den etwas größer macht. Dann noch einen zweiten Meta-Ball, den nach oben bewegt, den etwas kleiner macht. Dann noch einen, dann wieder kleiner. Also so, sehen Sie schon, kann man hier ganz leicht einen Schneemann bauen. Man kann die auch entlang einer bestimmten Achse skalieren, sodass ich jetzt hier die Arme von dem Schneemann bauen kann. Also so kann man hier eigentlich relativ lustige Formen bauen. Man kann diese Meta-Balls auch in ein Mesh-Objekt verwandeln. Und zwar, wenn ich mal die Leertaste drücke, Convert, Aha, Convert to Alt C. Also jetzt haben wir die Wahl, was wir wollen. Und ich möchte ein Mesh erzeugen. Also Mesh from Curve Meta Serve Text. Und damit wurden alle Meta-Balls jetzt zu einem verschmolzen. Und wenn ich jetzt mal die Tabulator-Taste drücke, dann sind wir hier im Edit-Modus. Und das ist zwar nicht besonders schön hier, denn wir haben diese vielen Dreiecke und diese relativ unsaubere Geometrie. Aber man kann jetzt hier mit doch weiterarbeiten, könnte jetzt hier dieses Mesh noch aufräumen und hier jetzt das als Grundlage für so eine organische Form nehmen. Also insofern sind die Meta-Balls wirklich ganz lustige Objekte. Aber die lösche ich jetzt auch wieder und komme zu dem letzten Objekt, nämlich das Text-Objekt. Und Text, das ist eigentlich ganz einfach, wie der Name schon sagt, das ist eben Text. Und diesen Text, den kann man bearbeiten. Und bearbeiten, das wissen wir, das tut man im Edit-Mode. Deswegen drücke ich jetzt die Tabulator-Taste und kann jetzt hier mit meinem Backspace den Text löschten und etwas anderes reinschreiben. So zum Beispiel. Und Sie haben schon gemerkt, ich habe gerade Enter gedrückt. Also das ist eine Angewohnheit, die kann ich mir partout nicht abgewöhnen. Aber das muss man eben nicht. Wenn man im Blender diesen Text jetzt abschließen will, dann drücke ich nicht Enter, dann drücke ich einfach nochmal die Tabulator-Taste, um aus dieser Textbearbeitung rauszukommen. Denn ansonsten würde Enter einfach einen Zeilensprung bewirken. Also Tabulator, um hier rauszukommen. Und diesen Text, den kann man ganz ähnlich wie eine Kurve bearbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal in die Object-Data gucke, dann ist hier das Symbol auch anders. Das ist jetzt ein kleiner Buchstabe, also ein F für Font. Und hier kann man jetzt auch genau wie bei den Kurven ein Extrude vergeben. Kann hiermit also schönen 3D-Text erzeugen. Rx, um den zu rotieren. Und jetzt kann man diesen Text auch noch weiter bearbeiten. Man kann Materialien vergeben und Texturen. Aber man kann diesen Text auch verformen, und zwar auf eine ganz bestimmte Weise. Denn, jetzt drücke ich nochmal Umschalt A, es gibt noch ein Extra-Objekt. Das nächste überspringe ich mal, da kommen wir später zu. Es gibt noch die sogenannte Lattice oder den Lattice-Deformer. Und wenn man den mal erzeugt, dann erscheint da nur ein Würfel. Und wie man diesen Lattice verwendet, möchte ich Ihnen ganz kurz zeigen. Also ich bewege den mal in die Mitte. Und im Object-Mode drücke ich jetzt erstmal S, X. Und zwar so weit, bis hier dieser Lattice, dieser Kasten, den Text umfasst. Also bis dieser Text komplett in diesem Lattice verschwindet. Denn jetzt kann man diesen Lattice nehmen, um den Text zu verformen. Und zwar kann man den umso besser verformen, je mehr Punkte man hat. Also je mehr man hier, ich kann mal kurz in den Edit-Modus gehen, je mehr Kontrollpunkte man hier hat. Und diese Kontrollpunkte kann man beim Lattice erzeugen, auch wiederum in der Object Data. Und zwar mit diesen Reglern. Und wenn ich jetzt hier mal diese Regler betätige, dann kann ich hier zum Beispiel längs noch ein paar Unterteilungen erzeugen. Und mit diesen Unterteilungen kann ich dann diesen Text verformen. Und verformen nachträglich, das klingt nach Modifier. Und tatsächlich, wenn ich hier mal zum Modifiers-Panel gehe, dann kann ich hier bei Add Modifier nur ein paar bestimmte Modifier erzeugen. Unter anderem auch den Lattice. Und jetzt muss ich dem Lattice noch sagen, welches Lattice-Objekt er verwendet. Also das Objekt ist mein Lattice-Objekt. Und jetzt kann ich hier, wenn ich in den Edit-Modus gehe, von dem Lattice kann ich diesen Text so verformen. Also hier kann man ganz tolle Text-Effekte mit erzeugen. Und das Schöne ist, wenn ich jetzt den Text auswähle und bewege, dann kann ich den hier wie in so eine Verformungsmaschine reingleiten lassen. Also wenn ich den mal hier nach drüben ziehe, dann sehen Sie, wie der sich jetzt hier an diesen Lattice anpasst. Und das kann man später natürlich animieren. Also so kann man hier ganz nette Text-Effekte erzeugen. Um diesen Text noch etwas weicher zu gestalten, kann man hier auch noch einen Bevel vergeben. Also da ist man ganz frei und kann das wie bei den Kurven so verwenden. Eines der ganz großen und spannenden Themen im Bereich 3D ist natürlich das Character-Modeling. Und das möchte ich Ihnen jetzt im Folgenden vorstellen. Sie beherrschen jetzt ja schon die grundlegenden Modeling-Techniken. Sie wissen, wie man mit Vertices, Edges und Faces umgeht, wie man Modifier anwendet und sogar wie man ein Unwrapping erstellt. Und deswegen möchte ich das Ganze jetzt erweitern vom Hard-Surface-Modeling zum organischen Modellieren von einem Charakter. Dabei können wir aus Zeitgründen leider nicht allzu sehr ins Detail gehen. Aber so den grundlegenden Workflow, den möchte ich Ihnen im Folgenden vorstellen. Also wenn man einen Charakter modelliert, dann kann man in der Regel davon ausgehen, dass dieser Charakter auch symmetrisch ist. Also zwei Arme, zwei Beine, zwei Augen und so weiter. Und daher wäre das allererste, was man macht, den Mirror-Modifier hinzufügen. So, deswegen schaue ich jetzt mal von vorne auf diesen Würfel drauf, drücke also 1 und dann gehe ich in den Edit-Modus und füge einen Loop-Cut in der Mitte hinzu, damit wir dann schön auf der anderen Seite die linke Seite mit dem Mirror-Modifier spielen können. Also STRG R, linke Maustaste, das Ganze absetzen und dann mit Border Select, also B, die linke Seite löschen. Also X1. Jetzt haben wir hier diesen halben Würfel und können den mit dem Mirror-Modifier kompletieren. Clipping direkt einstellen, denn wir wollen ja nicht, dass beim Modellieren hier ein Loch entsteht. Und da es sich hierbei um eine organische Oberfläche handelt, können wir auch direkt den Subdivision-Surface-Modifier anwenden. So, jetzt haben wir hier diese runde Kugel und aus dieser runden Kugel kann man jetzt relativ schnell schon mal die grundlegende Form eines Characters modellieren. Und zwar, ja, was macht man jetzt? Man könnte jetzt zum Beispiel das Ganze auswählen und etwas schmaler machen, also SY, damit der Charakter nicht so dick ist. Dann haben wir hier, sagen wir mal, das ist der Körper, da können wir jetzt auch wieder mit STRG R hier einen Loop-Cut einziehen, den hier absetzen und den vielleicht ein bisschen nach vorne ziehen. Das könnte jetzt hier der Bauch sein. und da man in der Regel vorne etwas breiter ist und da man in der Regel vorne etwas dicker ist als eine Seite, würde ich jetzt hier wiederum mit B Border Select die Seite auswählen und mit SY entlang der Y-Achse ein klein wenig kleiner machen, hier in die Mitte bewegen, die Hüfte auswählen, in die Mitte bewegen und dann von hier oben einmal extrudieren, also E, das Ganze wiederum kleiner machen, das könnte jetzt hier so der Hals-Schulter-Bereich sein und hier haben wir jetzt hier schön ein Viereck, aus dem wir die Arme extrudieren können, also E und vielleicht mal nur bis hier hin, ich setze das jetzt ab mit der linken Maustaste, denn das soll jetzt hier der Schulter-Bereich sein. Also hier wären wir ja so Schlüsselbein, das ist jetzt die Schulter und da der Charakter die Arme nicht in die Luft strecken soll, bewege ich jetzt mal diese vier Punkte, etwas nach unten und mit S mache ich die etwas kleiner, also das ist jetzt unsere Schulter und von hier aus soll jetzt der Arm extrudiert werden und zwar erstmal bis hier hin, jetzt haben wir also den Oberarm, jetzt extrudiere ich direkt nochmal und bevor ich jetzt weiter extrudiere, würde ich jetzt das erstmal kurz anpassen, damit der Arm hier nicht so unförmig ist, deswegen nehme ich jetzt diese vier Punkte und versuche die hier etwas näher zueinander zu bringen und wähle jetzt wieder diese ganze Fläche aus, extrudiere jetzt einmal für den Ellenbogen und dann nochmal für den Unterarm und Sie sehen schon, dass es hier wirklich sehr schnell geht, hier die grundlegende Form eines Menschen zu modellieren, also das Handgelenk ist natürlich etwas schmaler, deswegen drücke ich jetzt SZ, mache das etwas schmaler hier, dann nochmal E, die Hand extrudieren, beziehungsweise das Handgelenk und dann nochmal E für die Handfläche, weiter jetzt vielleicht erstmal nicht, die Finger machen wir später noch, aber jetzt können wir vielleicht erstmal so die grundlegende Form des Körpers noch weiter modellieren, also ich schaue nochmal von vorne, jetzt haben wir hier diese Arme, die sind vielleicht etwas lang, aber das können wir auch später nochmal anpassen, also das nächste wäre jetzt, die Beine zu extrudieren, sodass ich jetzt hier von hier runter die Beine extrudieren will und wenn ich das jetzt so machen würde und ich drücke jetzt E zum Extrudieren, dann haben wir hier keine Beine, dann ist das einfach noch eine geschlossene Fläche, die auch hier in drin keine weiteren Flächen hat und das ist für Beine natürlich ungünstig, deswegen STRG und Z, was man machen könnte, wäre hierfür jetzt das Clipping, einmal kurz deaktivieren, mit E extrudieren, das jetzt mit G nach rüber bewegen und dadurch, dass hier Clipping deaktiviert war, hat man jetzt hier diese Fläche, mit der man hier weiterarbeiten kann, hat also im Grunde jetzt die Beine extrudiert, doch das ist mir noch nicht genug, es wäre schön, wenn man hier den Schritt noch weiter ausmodellieren könnte und deswegen mache ich auch das rückgängig und stelle Ihnen jetzt die Variante vor, die ich persönlich bevorzugen würde, also Clipping nochmal einschalten und statt jetzt diese Fläche zu extrudieren, mit STRG R noch einen Loopcut hier längs einzuziehen, hier abzusetzen und dann kann man hier schon anfangen, das etwas nach unten zu bewegen, kann jetzt die beiden Punkte auch schon mit S, Z etwas weiter zusammenbringen und kann von hier aus jetzt das Bein extrudieren, ich habe jetzt mal 5 gedrückt für die orthografische Ansicht, kann jetzt also E drücken bis hier hin, dann Kniescheibe und dann nochmal, also hier die Beine und die Füße, das machen wir uns auch ganz einfach, einfach nochmal extrudieren und dann von hier aus jetzt die Füße nach vorne bewegen, also E und dann noch für die Zehen und damit haben wir die grundlegende Form der Beine, die sind vielleicht etwas lang, aber die sind wirklich lang, die sind lang, also ich hätte jetzt gesagt, man kann ja auch sagen, das ist eine Comicfigur, aber die sind wirklich etwas zu lang, selbst für eine Comicfigur, so, jetzt hängt der im Moment hier noch so durch die Grundfläche durch, deswegen bewege ich das jetzt erstmal nach oben und zwar so, jetzt steht der hier so im Raum und jetzt gehe ich wieder in den Edit-Modus und kann hier weiter modellieren, also hier für den Brustbereich könnte man hier vielleicht diese Form etwas ausdefinieren, das ein klein wenig nach außen und will jetzt Ihnen noch eine weitere Methode zeigen, wie man jetzt diese Vertices bewegt, denn bis jetzt haben wir immer entweder G gedrückt oder das Widget benutzt, aber es gibt eben eine Methode, die hatte ich beim UV-Editing schon mal kurz erwähnt und das ist das Ziehen. Also man kann, wenn man einen Vertex auswählt, dann kann man diese Auswahl direkt in eine Bewegung umformen und zwar indem man die rechte Maustaste gedrückt hält. Also wenn ich jetzt diesen Punkt hier rüber bewegen will, dann drücke ich jetzt hier mit der rechten Maustaste einmal drauf, halte die Maus dann gedrückt und fange an den Punkt zu ziehen und damit bringt mich das automatisch in den Grab-Modus und kann jetzt sogar die Maus loslassen und den Punkt hier bis zu einem Punkt bewegen, wo ich ihn dann absetze, also zum Beispiel hier. Also das ist ganz praktisch, um nicht immer extra G drücken zu müssen oder das Widget zu benutzen, aber gerade wenn man ein Grafiktablett hat, dann wäre es noch viel einfacher, wenn man den Punkt einfach zieht und dann loslässt und daher gehe ich jetzt mal in die Benutzereinstellungen und bei Editing aktiviere ich Release Confirms. Also loslassen bestätigt, wie ist das übersetzt? Hier ein Häkchen. Man kann jetzt einfach ziehen und wenn ich die Maust loslasse, dann bewegt sich dieser Punkt dann auch an die entsprechende Stelle und das macht es mir jetzt gerade bei diesen vielen kleinen Bewegungen, die ich hier mit den Punkten ausführen will, macht mir das Ganze natürlich viel einfacher, hier jetzt diese Form zu bearbeiten. So, jetzt haben wir hier diesen Bauch und vielleicht kann man aus diesen beiden Punkten die Hüfte modellieren, allerdings hätte ich dann gerne noch etwas mehr Details, damit ich hier den Bauch noch besser ausformulieren kann. Deswegen habe ich jetzt hier mit STRG-R noch einen Loop-Cut eingezogen, bewege die jetzt noch etwas weiter nach unten, hat jetzt hier die Hüfte und für den Hintern ziehe ich jetzt auch noch hier einen Loop-Cut ein. Also so kann ich hier jetzt da etwas mehr mit machen. Dann für das Rückgrat, das Rückgrat ist ja in der Regel hier etwas nach innen geformt, dann hat man hier diese Muskelstränge, deswegen kann man das etwas weiter nach außen und nach innen bewegen. So zum Beispiel, das gleiche hat man dann hier natürlich die Schulterblätter. So in etwa, um hier jetzt noch mehr Details zu haben, könnte man jetzt auch, vielleicht machen wir das, mal gucken, hier noch einen Loop-Cut reinziehen. Das kann man natürlich hier noch viel besser den Hintern ausmodellieren. Aber der Nachteil bei mehr Details ist auch, dass mit mehr Details auch mehr Arbeit entsteht. Also jetzt hat man hier zwar viel mehr Möglichkeiten, um diese Punkte zu bewegen, aber man muss diese Punkte auch bewegen, denn wenn man das nicht tut, dann kriegt man hier solche viereckigen Formen. Einfach dadurch, wie diese Technik des Loop-Cuts funktioniert. Und deswegen muss man immer versuchen, so wenig Details wie möglich, aber so viele Details wie nötig zu verwenden. Also nicht einfach von vornherein ganz viele Loop-Cuts einziehen, sondern immer abwägen, ob es es wirklich bringt, ob man diesen Loop-Cut braucht und was man damit gewinnt oder ob man damit nur unnötig viel Arbeit hat. Aber in diesem Fall hat dieser eine Loop-Cut dazu beigetragen, dass wir jetzt hier die Beine etwas besser ausformulieren können, die Knie hier besser modellieren können und einfach viel mehr Gestaltungsspielraum haben. Und ja, also ich will das Modeling hier jetzt auch nicht übertreiben. Da gibt es wunderbare Tutorials zu, die Sie entweder im Netz finden oder Sie kaufen sich einfach die fortgeschrittene DVD von Ruben Buchholz. Da wird auch ein ganz wunderbarer Charakter modelliert. Aber Sie sehen schon, man kann hier mit wirklich relativ wenig Arbeit durchaus schon einen ansehnlichen Charakter erzeugen. Der muss ja jetzt nicht aussehen wie von Pixar. Es reicht ja, wenn der halbwegs die Proportionen hat von einem Menschen. Also Arme, Beine, Bauch, Rücken. Also solange das halbwegs hier diesen Proportionen folgt, dann kann man das schon ganz gut verwenden. Mache hier für die Füße noch einen Loop-Cut rein, damit man das etwas besser modellieren kann. Also so. Und mehr Details würde ich jetzt hier gar nicht einfügen. Also ich würde es dabei belassen und stattdessen einfach nur damit arbeiten, was wir hier jetzt haben. Also vielleicht die Zehen etwas bewegen, den Punkt auswählen und den. Und jetzt einfach mit dem, was wir hier zur Verfügung haben, arbeiten, um daraus jetzt unseren Charakter zu bauen. So, was natürlich fehlt, ist der Kopf. Und dieser Kopf, der sitzt auf einem Hals. Und diesen Hals, den möchte ich jetzt hier aus diesen vier Flächen erstellen. Beziehungsweise sind hier acht, hier drüben ist auch noch was. Deswegen würde ich jetzt erst mal das hier etwas nach oben bewegen, damit wir hieraus dann später den Hals formen können. Einfach durch eine weitere Extrusion. Also wähle ich alle diese Faces aus, drücke E, um die nach oben zu bewegen, S, um das Ganze zu skalieren, bewege das etwas auf die Mitte zu und will jetzt aber keinen komplizierten Kopf hier bauen, sondern einfach nur einen ganz einfachen Schädel und die Details, die müssen wir uns dann einfach dazu denken. Also ich habe jetzt erst mal den so als, ja, wie so eine, wie einen sehr langen Hals nach oben extrudiert. Ziehe jetzt hier noch einen Loop Cut ein und bewege diesen Loop Cut nach außen. Bewege dann diese drei Punkte nach außen. Dann ziehe ich hier noch einen Loop Cut ein, skaliere den. Mal gucken, jetzt muss man hier so ein bisschen mit rumbauen. Jetzt wähle ich mal diese Flächen aus und extrudiere die nach vorne. So, genau, bewege die nach innen und damit können wir jetzt hier unser Kinn, unseren Unterkiefer bauen. Dann hier, das geht etwas nach oben, das wird dann der Hinterkopf. Der Hinterkopf, den will ich auch etwas nach hinten bewegen. Das Ganze mache ich jetzt im Wireframe-Modus. Also hier der Hals. Die Brust könnte noch etwas weiter nach vorne gehen. Auch hier. Das gefällt mir eigentlich noch nicht so gut. Ne, ich bewege mal die Schultern etwas nach oben. So, das etwas nach unten. Also so in etwa. Und jetzt für den Unterkiefer wähle ich nochmal diese Punkte aus. Bewege die nach unten. Schauen wir mal, wo der sitzt. Aha, der sitzt hier. Sollte aber auch eher da sein. Denn der Kiefer wird hier unten schmaler. So, gut. Und jetzt noch einen weiteren Loop Cut, damit man hier aus jetzt so ein bisschen so die Gesichtsformen bauen kann. Dann natürlich hier oben das Ganze abrunden. Und hier kommt einem dieses Release Confirms wirklich zu Hilfe. Also gerade wenn man ein Tablett hat, ist das sehr, sehr praktisch, dass man hier einfach ziehen kann, ohne dass man groß erst etwas auswählt, gedrückt oder das Widget benutzt. Okay. Gut, also das ist der Kopf. Zugegebenermaßen ein Eierkopf, aber ich will mich jetzt hier nicht zu lange dran aufhalten. Das ist also unser Kopf. Und was jetzt noch fehlt, sind die Hände. Und die Hände, die will ich jetzt auch ganz einfach modellieren. Und zwar dadurch, dass ich von, ich ziehe hier noch einen Loop Cut ein und wähle jetzt diese Fläche aus und daraus wird jetzt der Daumen extrudiert. Also einmal E. Das Ganze drehen. Das ist mir auch zu hoch. Also SZ. Dann wähle ich jetzt diese Kante aus, bewege das etwas. Dann nochmal diese Fläche. RZ, um das Ganze etwas zu drehen. Und mal gucken. Ja, so nach unten. Jetzt wird nochmal extrudiert für den Daumen. Also das könnte schon ausreichen für den Daumen. Die Handfläche, die will ich auch aus einer Fläche machen. Einfach, weil es dann später auch beim Rigging und beim Animieren einfacher wird. Aber nur kurz als Tipp, wenn Sie hier die Finger ausmodellieren wollen, dann brauchen Sie natürlich auch irgendwie eine Ausgangsform, wo Sie hier die Finger extrudieren können. Also wenn Sie hier jetzt extrudieren, dann hätten Sie natürlich nur zwei Finger. Was häufig gemacht wird von Anfängern, ist jetzt hier unnötig viele Loop Cuts einzuziehen. Nur damit man hier jetzt diese Finger hat, also STRG R und STRG R. Das erlaubt einem zwar jetzt hier, diese Finger einzeln zu extrudieren, aber dadurch kriegt man auch diese viereckigen Arme und hat jetzt hier viel zu viele Loops, um die man sich kümmern müsste. Deswegen mache ich das mal rückgängig. Beziehungsweise lösche ich die Loop Cuts, indem ich die Loop Cuts auswähle, also Altrechte Maustaste, X und dann Delete Loop Cut, Quatsch, Delete Edge Loop, X, Delete Edge Loop, dann wähle ich jetzt diesen hier auch nochmal aus, also X und dann Edge Loop und stattdessen möchte ich Ihnen jetzt zeigen, wie es korrekt wäre. Die korrekte Methode wäre jetzt hier mit dem Knife Tool, mit dem Messer, hier durchzuschneiden und zwar, wenn Sie die Hände so modelliert haben, dass sie hier flach liegen, dann können Sie jetzt in der Wireframe Ansicht erstmal alles auswählen und dann mit dem Knife Tool einmal hier schneiden, dann hier durch und hier. Das sieht jetzt zwar gerade noch unordentlich aus, aber wenn wir jetzt mal im Punktauswahlmodus diese beiden Punkte nehmen und etwas nach hinten bewegen, dann sehen Sie, wie jetzt hier zwar wir diese vier Flächen haben, aber hier hinten keine zusätzlichen Details. Das heißt, wir haben hier einen Loop Cut, der nach hinten fließt, hier hinten und dann wieder vorne zum Vorschein kommt und dadurch bleibt das Detail hier vorne bei der Hand, da wo wir es brauchen und könnten jetzt hier mit E die Finger extrudieren und daraus dann weiter modellieren, aber da wir das dann später auch nochmal riggen müssten oder animieren, mache ich jetzt mal rückgängig, denn das brauchen wir also nicht. Jetzt muss ich auch noch diese Loop Cuts löschen, also Alt X Edge Loop. So. Gut, also stattdessen möchte ich hier die Handflächen so ein bisschen Comic-mäßig einfach so nach vorne ziehen und das soll jetzt mal als Hand ausreichend sein. Ich kann natürlich noch ein bisschen hier die Form anpassen. Okay, so wunderbar. Das ist jetzt unser Character und mit dem können wir jetzt weiterarbeiten. Naja, vielleicht kann man die Hände noch größer machen. Jetzt lassen wir mal das Handgelenk so wie es ist und ich wähle mir einfach nur die Hand aus, also drücke ich jetzt C für Circle Select und werde jetzt hier alles aus und will das jetzt ausgehend von hier aus groß skalieren, deswegen klicke ich jetzt einmal hin. Von vorne setze ich den 3D Cursor auch hier hin und gehe jetzt in den 3D Cursor Pivoting Modus also setze das hier hin und kann jetzt mit S ausgehend von diesem Punkt hier die Hand größer skalieren ohne dass sich das andere verändert. So, wunderbar. Der Daumen sieht noch furchtbar aus, also so gut, das soll erstmal ausreichen. Jetzt gehe ich in dem Solid Draw Mode nochmal zu dem Modifier und klappe den Mirror Modifier ein, den brauchen wir auf jeden Fall, aber hier will ich mal anschauen, wie das Ganze gerendert aussehen würde, also setze ich mal die Subdivisions auf 2, jetzt hier diese schöne glatte Oberfläche und damit man diese Facetten nicht sieht, stellen wir das Ganze noch auf Smooth Shading und haben jetzt hier unseren Character. So, und in dieser Einstellung mit 2 Subdivisions und Smooth Shading fällt mir jetzt noch auf, dass das hier also wirklich sehr merkwürdig aussieht, deswegen will ich das noch schnell korrigieren. Auch hier wie der Hals ansetzt, das gefällt mir nicht. Also Sie merken schon beim Character Modeling, da kann man wirklich viel Zeit verbringen und das ist natürlich auch die große Kunst, dass man hier einen glaubhaften, realistischen und gut aussehenden Charakter erzeugt. Im Folgenden möchte ich Ihnen eine völlig andere Art des Modelings zeigen, als was wir bisher kennengelernt haben, nämlich das sogenannte Sculpting. Beim Sculpting können Sie direkt auf der Oberfläche arbeiten, ohne in den Edit Modus gehen zu müssen und ohne sich um die Vertices, Edges oder Faces kümmern zu müssen. Also Sie können direkt hier die Oberfläche deformieren und wie ein Bildhauer Volumen auftragen oder abtragen oder auch ganze Körperbereiche zu verändern. Und für dieses Sculpting gibt es auch einen eigenen Modus, nämlich den Sculpt Mode und den findet man natürlich hier. Also Sculpt Mode und wenn man hier in diesem Sculpt Mode ist, dann sieht man, dass jetzt hier so ein roter Kreis um diesen Mauscursor hier entstanden ist. Das zeigt mir an, dass hier eine bestimmte Pinselgröße verwendet wird, sodass wenn ich jetzt hier drüber male, sehen Sie schon, kann ich hier jetzt Volumen auftragen. Und genau wie beim Texture Painting gibt es auch hier eine Werkzeugleiste, also drücke ich mal T für Toolshelf und hier ist es also auch eine Vorschau für eine bestimmte Pinselart. Wenn ich hier mal reinklicke, dann sehen Sie hier also eine ganze Reihe von verschiedenen Pinseln. Und um jetzt zum Beispiel die Proportionen von unserem Charakter zu verändern, können wir einen ganz praktischen Brush verwenden und das ist hier der Grab Brush, der Greifpinsel. Dieser Greifpinsel, der verwendet auch eine andere Farbe, das ist also ein grüner Kreis. Und mit diesem Grab Brush kann ich jetzt hier ganze Körperbereiche bewegen. Und zwar je größer mehr kann ich natürlich anfassen und bewegen. Deswegen erhöhe ich mal den Radius. Und damit ich hier jetzt auch im Viewport direkt sehe, wie groß der Pinsel ist, gibt es auch einen Shortcut, nämlich F. Also mit F kann man hier auch die Pinselgröße verändern und hier jetzt zum Beispiel die Arme bewegen. So. Kann auch den Kopf verändern, kann die Kniekehlen beugen und so weiter. Also hier kann man sehr intuitiv nochmal die Form anpassen und wenn ich nochmal zurückgehe zu diesem Brush vom Anfang und das war nämlich Sculpt Draw, dann können wir hier nochmal entweder Volumen auftragen oder man kann auch Volumen wegnehmen und zwar wenn ich hier die Einstellung ändere von Add zu Subtract wenn ich jetzt male dann nehme ich hier wieder Volumen weg und das kann man aber auch dynamischer machen also ich stelle das nochmal zurück zu Add also wenn ich ganz normal mit der linken Maustaste hier male dann trage ich Volumen auf und wenn ich dazu die Steuerungstaste gedrückt halte dann trage ich hier Volumen wieder ab das ist also ein ganz toller Modus um hier sehr intuitiv nochmal das Mesh anpassen zu können aber es geht noch weiter man kann hier auch noch ganz kleine Details sculpten also bis hin zu Poren und Falten und für diese kleinen Details braucht man natürlich mehr Geometrie denn dieser Sculpt Mode der malt ja keine Texturen wie Texture Paint sondern er deformiert wirklich die zugrunde liegende Geometrie das heißt im Moment wenn ich nochmal in den Edit Modus gehe im Moment ist das was wir verformen sind diese paar Vertices hier wie viele sind es denn eigentlich also insgesamt 237 Vertices haben wir hier und mit denen arbeiten wir und dadurch dass wir noch den Mirror Modifier haben ist das Ganze natürlich auch symmetrisch so aber wenn man jetzt wirklich an kleinen Details arbeiten will Modifier dafür nicht denn er erzeugt zwar mehr Subdivisions ich gehe jetzt nochmal in Flat Shading also Leertaste und jetzt Flat Shade Flat also wir sehen jetzt hier diese einzelnen Faces diese Faces die kann ich jetzt nicht hier einzeln bearbeiten also obwohl ich hier diese virtuellen Faces habe kann ich mit dem Sculpt Mode nur die zugrunde liegende Geometrie also diese Vertices und Edges von unserem Original Mesh die kann ich jetzt hier deformieren aber diese kleinen Faces von dem Subs of Modifier die kann man hier eben nicht bearbeiten und dafür gibt es einen speziellen Modifier nämlich der sogenannte Multi-Resolution Modifier also den finden sie auch hier bei Generate den Multi-Resolution Modifier und dieser Multi-Resolution Modifier der hat ein paar Einschränkungen beziehungsweise ein paar Anforderungen denn ganz offensichtlich ist hier irgendetwas nicht supported also etwas ist nicht unterstützt wir kriegen eine Warnung das was hier im Moment nicht unterstützt ist ist die Auflösung von Null also vielleicht erkennen sie ja hier wieder Catmull Clark und Simple das ist wenn sie nochmal den Subs of Modifier anschauen das gibt es ja auch hier und auch hier gibt es diese Subdivisions also das ist offensichtlich ganz ähnlich nur dass sie hier den Modifier nicht einfach nur hochstellen in der Auflösung das funktioniert im Moment nicht aber hier müssen sie eben den manuell unterteilen das ist also ganz ähnlich nur mit dem Unterschied dass sie hier die Unterteilung nicht einfach erhöhen können sondern sie müssen den aktiv unterteilen und zwar indem sie einmal auf Subdivide klicken und jetzt ist zwar die Warnung bei dem Multi-Resolution Modifier weg aber jetzt kriegen wir eine Warnung bei dem Mirror Modifier und auch bei dem Subsif Modifier also diese beiden Modifier die sind nicht kombinierbar mit der Multi-Resolution und das ist eine ganz wichtige Einschränkung wenn sie diesen Modifier verwenden wollen dann sollten sie vorher die anderen Modifier anwenden und daher empfiehlt es sich also diesen Multi-Resolution Modifier erst dann zu verwenden wenn sie wirklich mit dem sogenannten Base Mesh also mit der zugrunde liegenden Geometrie fertig sind wenn sie daran nicht weiterarbeiten und dann können sie diese beiden anderen Modifier anwenden beziehungsweise den Subsurf Modifier löschen und den Mirror Modifier anwenden und bevor ich das tue möchte ich hier noch zwei Loops einziehen einmal und zweimal und zwar deswegen weil obwohl dieser Multi-Resolution Modifier virtuelle Geometrie erzeugt funktioniert der am besten wenn das Base Mesh relativ gleichmäßig unterteilt ist sodass jetzt also alle diese kleinen Faces die wir hier durch diesen Subsurf Modifier kriegen dass die alle relativ gleich groß sind das war vorher ich mache nochmal rückgängig sind die hier sehr lang gestreckt da hier jetzt ein relativ großer Bereich unterteilt wird und das gilt es also zu vermeiden also je gleichmäßiger ihr Mesh ist desto besser so nachdem wir jetzt das haben gehe ich jetzt hier hin zu den Modifier und lösche den Subsurf Modifier und den Mirror Modifier den wende ich ist es also immer noch das komplette Mesh wir kriegen auch keine Fehlermeldung und das Schöne bei diesem Multi-Resolution Modifier ist jetzt mit dieser virtuellen unterteilten Geometrie kann man jetzt direkt arbeiten das heißt ich unterteile jetzt nochmal mit diesem Button Subdivide und kann mir jetzt diese einzelnen kleinen Faces nehmen mit meinem GrabBrush und kann die bewegen und zwar jedes Face einzeln ohne auf meine zugrunde liegende Geometrie angewiesen zu sein und das geht so weit dass wenn ich diese Hand nehme und nach oben bewege und nochmal in den Edit Modus wechsle dann haben wir hier wieder unser Original Mesh also dieser Multi-Resolution Modifier ist wirklich sehr interessant da sie eben ohne das Base Mesh zu zerstören können sie hier die Geometrie komplett bearbeiten und verformen und alle diese Verformungen die wirken sich also nur auf diese virtuelle Geometrie des Multi-Resolution Modifier aus aber das sieht ja furchtbar aus deswegen STRG Z und jetzt haben wir diesen Namen Multi-Resolution sowas hat es damit auf sich dieses Multi-Resolution das bedeutet dass wir auch auf einem geringeren Level arbeiten können und verschiedene Arbeiten auf verschiedenen Leveln ausführen können sodass ich jetzt zum Beispiel für das Sculpting auf Level 1 gehen könnte um hier nochmal die zugrunde liegenden Proportionen zu verändern und alles das was ich jetzt hier tue das wirkt sich dann auch auf Level 2 aus also um das nochmal zu verdeutlichen wenn ich jetzt hier nochmal den Arm nehme und ganz extrem verforme auf Level 1 dann wird das auf Level 2 noch weiter verwendet und umgekehrt wenn ich jetzt noch weiter unterteile auf Level 3 zum Beispiel oder Level 4 und hier bei Level 4 jetzt einzelne Bereiche auch so deformiere und jetzt hier in dem Sculpt Mode runter gehe dann wirkt sieht das auch auf die kleineren Level aus also hier kann man wirklich auf verschiedenen Level der Auflösung arbeiten und unterschiedliche Formen erzeugen Sie sehen ich kann jetzt gerade nicht weiter zurückgehen ich habe ein paar Mal zu häufig gemalt für diese Demonstration deswegen muss ich den jetzt nochmal löschen aber da es ja nur virtuelle Geometrie war stört uns das nicht denn wir haben ja noch unser Base Mesh intakt also gehe ich nochmal zu Add Modifier Multi Resolution und teile das zweimal und jetzt können wir hier weiter arbeiten und neben diesem Grab Brush gibt es natürlich noch verschiedene andere Brushes zum Beispiel den Clay Brush den Tonpinsel mit diesem Tonpinsel können Sie auch Volumen auftragen und ich drücke jetzt erstmal F um die Pinselgröße kleiner zu machen und jetzt kann man hier also Volumen auftragen und um das Volumen wieder abzutragen könnte ich auch hier die Steuerungstaste gedrückt halten und kann hier also jetzt auch hier rein malen mit Umschalt F kann man die Stärke erhöhen dass man hier jetzt also weiter arbeiten kann ich gehe jetzt mal ein Level nach oben also ich unterteile nochmal mit Subdivide so jetzt kann man das nämlich noch ein bisschen besser gestalten hier auch hier die Sehnen am Hals eine Sache fällt vielleicht auf nämlich ich arbeite gerade alles nur auf der rechten Seite aber es wäre schön wenn wir auch hier eine Symmetrie hätten und da wir jetzt den Mirror Modifier nicht verwenden können sind wir auf die Symmetrie Einstellung von diesem Sculpt Modus angewiesen und die kann man einstellen hier wenn man runter scrollt da gibt es die Symmetrie Einstellung wenn ich hier mal auf X gehe dann wird also alles auch entlang der X Achse gespiegelt so jetzt habe ich hier gerade so wild drauf los gemalt und habe jetzt hier diese relativ ungleichmäßigen Formen und das würde ich gerne wieder glatter machen und dafür gibt es den Smooth Brush also hier Smooth weich machen wenn ich hiermit drüber male dann wird das wieder aneinander angeglichen und glatter und weil dieses glätten sehr häufig verwendet wird gibt es dieses glätten auch direkt in alle Pinsel eingebaut denn wenn ich die Umschalttaste gedrückt halte dann wird das quasi temporär wird dieser Pinsel jetzt zu dem Smooth Brush sodass ich jetzt mit der Umschalttaste und der linken Maustaste hier diese Gegend wieder glatter machen kann und wenn ich das loslasse dann bin ich wieder bei meinem Ursprungspinsel bei dem Clay Brush und kann also hier wieder jetzt Volumen auftragen und mit Umschalt das Volumen wieder glatt machen also hier kann man also ganz toll wenn man sich mit Anatomie auskennt hier die Muskeln reinmalen kann wenn das dann zu ungleichmäßig wird mit Umschalt das etwas weicher machen und kann hier also ganz wunderbar intuitiv drauf los sculpten dann gibt es neben diesen normalen Pinseln gibt es auch noch Pinsel die nicht nur Geometrie auftragen oder abtragen sondern die auch bestehende Geometrie hier zum Beispiel zusammenziehen können das wäre der Pinch Brush und mit diesem Pinch Brush wenn ich hier drüber male dann werden hier diese Faces so zusammengezogen wie Sie sehen sodass man hier also ganz scharfe Kanten erzeugen kann Steuerung Z also auch hier könnte ich mit diesem Pinching diese Sehne hier etwas mehr zusammenziehen beziehungsweise mit Steuerung kann ich das wieder auch auseinander bringen also Steuerung bei den meisten Pinseln kehrt das Verhalten um das wäre dann in diesem Fall Magnify also das wäre dann hier sowieso aufpumpen aber auch hier kann ich mit der Umschalttaste das wieder etwas abweichen und die Spannung zwischen diesen Vertices glätten und so gibt es also hier viele verschiedene Tools und ein letztes möchte ich Ihnen noch zeigen Sie können auch genau wie bei dem Texture Painting können Sie auch hier Texturen verwenden also wenn ich mal runterscrole dann gibt es nicht nur die Symmetrie Optionen sondern auch hier Textur und ich klicke jetzt mal auf New um eine neue Textur zu erzeugen und auch das erzeugt mir wieder diese standardmäßige Wolkentextur wenn ich hier mal drüber male dann ja sehr wolkig sieht das nicht aus das liegt aber daran dass jetzt diese Textur relativ kleinteilig ist und wenn ich das Mesh jetzt ein paar mal mehr unterteile mit Subdivide also fünf Unterteilungen haben wir jetzt und jetzt hier male dann sehen Sie wie jetzt hier diese Struktur entsteht wenn ich den Pinsel etwas größer mache dann ist jetzt innerhalb dieser Vorschau auch diese Textur sichtbar so dass man wenn man hier eine raue Oberfläche haben will dann kann man hier drauf malen und will ich nur nochmal betonen diese Textur die sie jetzt hier drauf malen das ist natürlich keine Textur das ist also keine Bump Map oder keine Pixel das sind tatsächlich diese virtuellen Faces die von diesem Multi-Res Modifier erzeugt werden und die werden hier jetzt wirklich im Raum verformt also das wäre dann hier dieses Texture Painting oder diese Textur beim Sculpting und auch die kann man natürlich mit der Umschalttaste wieder glätten so da habe ich jetzt schon so viel hier rum gemalt und rum deformiert dass es also nichts mehr mit unserem Ursprungs Charakter zu tun hat und wir wollen ja später keinen Zombie animieren sondern einen normalen Typen und deswegen lösche ich jetzt diesen Multi-Resolution Modifier und stattdessen füge ich hier also nochmal diesen Subdivision Surface Modifier hinzu denn für den Rest dieser Trainings DVD reicht mir dieser Detaillierungs Grad also vollkommen aus daher verlasse ich jetzt auch wieder den Sculpt Mode gehe zurück in den Object Mode und damit können wir jetzt hier weiter arbeiten hinzu